Laura Anna Benkert ist eine deutsche Fußballspielerin, die seit 2008 beim SC Freiburg unter Vertrag steht. Karriere Benkert begann ihre Karriere beim SV Bingen und gelangte über den FC Wolfenweiler Schallstadt 2008 in die Jugendabteilung des SC Freiburg, in der sie zunächst für die B-JuniorInnen spielte. 2009 rückte sie in den Kader des Bundesligisten als zweite Torhüterin auf und debütierte am 20. September 2009 bei der 0-1-Niederlage im Heimspiel gegen den FFUSV Jena in der Bundesliga. In ihrer Premieren-Saison im Seniorenbereich nur dreimal eingesetzt, kam sie in der Folgesaison sechsmal zum Einsatz und 2011 zwölftel bereits zwölfmal. Seit der Saison 2012 dreizehntel ist sie Freiburgs unumstrittene Nummer eins im Tor und verpasste in drei Spielzeiten lediglich drei Liga-Pazien. Benkert bestritt am 11. Mai 2008 beim 5-0-Sieg der U-16-JuniorInnen gegen die Auswahl Dänemarks erstmals ein Länderspiel für den DFB. Nachdem sie am 11. April 2009 beim 6-0-Sieg der U-17-Nationalmannschaft gegen die Auswahl Ungarns debütiert hatte, gewann sie im selben Jahr die Europameisterschaft. Kam dabei als Ersatztorhüterin allerdings nicht zum Einsatz. Mit der U-19-Nationalmannschaft nahm sie 2010 an der Europameisterschaft in Mazedonien teil, bei der die Mannschaft im Halbfinale an den späteren Turniersieger Frankreich mit 3 zu 5 im Elfmeterschießen scheiterte. Im selben Jahr gehörte sie zur Nationalmannschaft, die die U-20-Weltmeisterschaft im eigenen Land gewinnen konnte. Blieb als dritte Torhüterin hinter Almut Schult und Desiree Schumann jedoch ohne Einsatz. Bei der U-20-Weltmeisterschaft 2012 in Japan bestritt sie alle sechs Turnierspiele über 90 Minuten und unterlag erst im Finale gegen die Auswahl der Vereinigten Staaten mit 0 zu 1. Benkert wurde als beste Torhüterin des Turniers mit dem goldenen Handschuh ausgezeichnet. Im Oktober 2012 wurde Benkert erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert. Für die vom 10. bis 28. Juli 2013 in Schweden ausgetragene Europameisterschaft wurde sie anstelle von Katrin Lengert in den Kader berufen und wurde mit der Mannschaft Europameisterin. Am 24. Mai 2015 berief Bundestrainerin Sylvia Neid sie in den endgültigen Kader für die Weltmeisterschaft 2015 in Kanada. Auch dort blieb sie wie bei sämtlichen Berufungen zuvor ohne Einsatz und belegte mit der Mannschaft Rang 4. Aufgrund einer Verletzung von der Stammtorfrau Almut Schult kam sie am 26. November 2015 bei einem Länderspiel gegen England zu ihrem ersten A-Länderspieleinsatz und blieb dabei ohne Gegentor. Erfolge U17 Europameisterin 2009 U20 Weltmeisterin 2010 Zweite der U20 Weltmeisterschaft 2012 Europameisterin 2013 Erfolge